Nach dem Abitur neue Kontakte knüpfen, so geht's. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und wenn du jetzt dein Abitur gemacht hast und dir danach überlegst, hey, wie kann ich jetzt eigentlich mir ein neues Umfeld aufbauen, haben wir in meinem Video schon mal besprochen, kann ich dir gerne da oben verlinken. Wie kann ich denn jetzt eigentlich neue Kontakte knüpfen? Also wie kann ich es einfach schaffen, an die Menschen heranzukommen, die mich interessiert, die mich vielleicht in meinem Leben weiterbringen können, die mich in meinem Business weiterbringen können und da habe ich natürlich in den letzten eineinhalb Jahren auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und da gebe ich dir jetzt meine fünf besten Tipps genau zu diesem Thema. Erstens mal, es ist vollkommen in Ordnung, neue Kontakte knüpfen zu wollen. Das ist super wichtig, weil sehr viele Menschen haben da oftmals so eine Blockade, erstens im Sinne von, ah, da verrate ich irgendwie mein altes Umfeld und meine alten Freunde, aber zum einen wird sich das nach dem Abitur sowieso sehr, sehr stark ändern und im zweiten Fall, ähm, denk auch nicht, dass wenn du einen Kontakt zu einem anderen Menschen knüpfen willst, dass das irgendwie ihn belasten würde, sondern du kannst ja auch oft eine Bereicherung sein. Deswegen, es ist sowohl legitim, weniger mit deinem alten Umfeld zu machen, als auch einfach auf neue Menschen zuzugehen. Und der zweite Punkt ist bei dieser Sache, also wenn du auf neue Menschen zugehst, einfach super wichtig, sei offen. Ähm, weil zum einen, natürlich sei offen, wenn du auf neue Menschen zugehst und probier es einfach mal aus. Genauso aber werden vielleicht einfach andere Menschen auf dich zukommen und auch dann sei offen. Ja, ähm, bei mir war es schon oft zu, dass ich mir Menschen angesprochen habe, wo ich mir im ersten Moment dachte, okay, was will ich jetzt mit der Person so? Ähm, aber da habe ich einfach auch gelernt, nee, jeder Mensch kann dir, ähm, irgendwo was beibringen. Jede Person ist individuell irgendwie cool, ähm, und deswegen, nimm das auch immer an. Vielleicht, wenn du auch jemand bist, der irgendwie für manche ein Vorbild wird, auf, ähm, vielleicht auch erstmal auf aller kleinster Ebene, nimmst du halt, hey, finde ich cool, nimm das an und so weiter. All die Sachen, das ist super wichtig, dass du einfach nicht durch die Dinge, die du in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren gelernt hast, ähm, wenn du sofort denkst, dass das die einzige richtige Art und Weise ist, wie man das Leben führt, deswegen sei offen, hör dir viele Meinungen an und versuch dann daraus im Prinzip auch deine eigene, irgendwie so Idealvorstellungen zu formeln. Als dritten Punkt wären wir eben auch schon bei diesem Thema, dass Menschen auf dich zukommen. Und das kann super, super geil sein. Das bedeutet natürlich, am Anfang versuch auf so viele Menschen wie möglich zuzugehen, damit solltest du vermutlich auch niemals aufhören. Aber, es ist natürlich umso geiler, wenn Menschen auf dich zukommen. Noch nicht mal zu sagen, weil sie dir sagen, dass das, was machst, super cool ist, das, ähm, ist natürlich das Geilste so. Ähm, aber, genau so ist es einfach mega wichtig, dass du vielleicht auch irgendwas Cooles machst, was Leute, ähm, zu dir kommen lässt. Das bedeutet, sei im Prinzip die Person, mit der du dich selbst umgeben wollen würdest. Ähm, ich merke das immer, immer mehr und immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen und so weiter. Die Leute gehen immer zu den Leuten, ähm, wie sie sein möchten. Das bedeutet, wenn du so bist, wie, ähm, wie die Menschen, mit denen du dich umgeben möchtest, sein wollen, wird es einfach automatisch passieren. Und deswegen, wenn du positiv eingestellt wirst, werden einfach andere Menschen, die auch positiv eingestellt sind und auch positiv eingestellt sein möchten, automatisch zu dir kommen. Das heißt, du, ähm, das ist ja ein bisschen so dieses Law of Attraction, also das, äh, Gesetz, die, äh, das Gesetz der Anziehung. Ähm, das bedeutet, wenn du einfach so bist, wie du sein möchtest, dann wirst du automatisch andere Leute anziehen, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Ähm, deswegen achte unbedingt auch darauf, dass du zum einen vielleicht eine coole Persönlichkeit bist, cool in dem Sinne von, was dir selbst wichtig ist und dass du auch was Cooles machst und auch da cool im Sinne von, was dir wichtig ist. Ähm, weil wenn du das machst, werden die Leute eigentlich auch automatisch zu dir kommen und das ist natürlich ein viel, viel einfacher Weg, als wenn du immer zu jedem anderen läufst. Vierter Punkt, eine Sache, über die ich sehr, sehr, noch nicht oft gesprochen habe, aber die sehr, sehr wichtig ist und zwar Social Media. Ähm, Instagram, in meinen Augen, absolutes Number One Thing. Das bedeutet, such gerne einfach mal auf Instagram Leute, die dich inspirieren und schreib die einfach an. Ähm, klar, je mehr Follower die haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, desto die Antworten werden. Aber es gibt so viele Menschen, die haben nicht viele Follower, aber sind mega cool. Und such doch beispielsweise über die Hashtags genau nach solchen Leuten. Oder was du auch machen kannst. Wenn du, ähm, jemanden feierst und dann dich quasi mit Leuten connecten möchtest, die ja ähnlich sind wie die, wie du. Die werden ja dann wahrscheinlich auch so jemanden feiern. Ähm, das, ich nehme jetzt mal egoistisch und nehme mal mich persönlich. Ähm, wenn du, wenn du beispielsweise, du kannst beispielsweise bei mir einfach mal auf Instagram auf, ähm, die Follower gehen und dann siehst du ja quasi alle Leute, die mir folgen. Und dann kannst du dich einfach mal durchklicken und wenn du dann sagst, hey, ähm, die Person wirkt mir irgendwie sympathisch, schreib die doch einfach mal an. Sag, hey, ich hab Leo's Video gesehen. Ähm, er meinte, wir sollen uns mit Leuten connecten, die, ähm, ähnlich sind, dass das über Instagram super gut funktioniert. Deswegen wollte ich einfach mal anschreiben und hi sagen und dann können wir uns einfach als Abiturathleten untereinander einfach wieder geil, ähm, connecten und vor allem für die Leute, die das Abitur auch gemacht haben, danach im Leben auch noch weiter unterstützen. Und das ist einfach mega geil, weil das ist irgendwie für mich, was, äh, Community ausmacht und, äh, ihr habt sofort eine Gemeinsamkeit über mich im Prinzip, habt sofort ein Thema, über das ihr sprechen könnt, habt tatsächlich ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, ähm, über die ich euch austauschen kann. Das ist einfach mega geil und da muss die Person, ähm, gar nicht in der Nähe wohnen, die kann im Prinzip irgendwo in Deutschland sein und die können trotzdem Kontakt haben und man kann sich mittlerweile heutzutage so schnell treffen, so viel telefonieren, skypen, mega, mega geil. Ihr könnt Mastermind-Gruppen untereinander kreieren, das ist einfach richtig, richtig nice. Deswegen nutzt diese Chance auf jeden Fall. Und im fünften Falle, das, äh, das ist das Allerwichtigste, Leute, das Allerwichtigste bei allem. Das Allerwichtigste bringt immer Wert, bringt immer Wert, stiftet Mehrwert. Das bedeutet, versucht immer zu überlegen, hey, was kann ich der anderen Person geben? Das bedeutet, wenn du dir überlegst, hey, ähm, ja, irgendwie fände ich es cool, mit der Person mehr in Kontakt zu treten, überleg dir doch, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dieser Person helfen? Das, so, so hat ja eigentlich sehr vieles bei meinem, ähm, AA-Squad, also bei meinem Team, was ich um Abiturläden herum gerade aufbaue, angefangen. Wo Leute haben gesagt, hey, Leo, kann ich irgendwie für dich arbeiten und irgendwas für dich machen? Ähm, und jetzt ist es nicht mehr, dass die für mich arbeiten, sondern wir bilden ein richtiges Team. Und die meisten davon arbeiten fast auf täglicher oder wöchentlicher Basis mit mir zusammen. Und das passiert halt einfach dann, wenn du dir nicht überlegst, was kann ich nehmen, 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 sondern was kann ich geben? Und das ist super entscheidend. Das mache ich auch immer. Ähm, immer überlegen, wie kann ich der anderen Person helfen? Und da auch nicht immer sofort was zurückerwarten. Hab einfach Spaß am Geben. Sei doch froh, wenn du anderen Leuten helfen kannst. Ähm, und mach das einfach. Und das wird alles sowieso zu dir zurückkommen, ohne dass du dich groß drum kümmern musst. Ähm, und deswegen versuch immer Wert zu stiften. Die Leute werden dir mega viel dafür danken. Und so wirst du einfach bei jedem immer auch positiv in Erinnerung bleiben. Und jeder wird Spaß daran haben, mit dir was zu tun zu haben. Du wirst einen sehr guten Ruf aufbauen. Und das wird einfach alles automatisch passieren. Deswegen sei einfach eine coole und gleichzeitig nette Person. Und es wird einfach alles automatisch passieren, wenn du nur den Prozess, ähm, auch vertraust. Deswegen macht es so, ähm, damit ihr neue Kontakte knüpfen, geiles Umfeld aufbauen. Und, ähm, das wird richtig nice, dieses Leben. Deswegen, bis dahin, macht's gut. Ich glaub, wir machen euch. Shit, jetzt hat die Kamera wieder richtig derbe gewackelt, ne? Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.